Dr. Meid Joachim Ahlers ist nicht nur ein hoch angesehener Facharzt, sondern ein Visionär, der eine bahnbrechende Verbindung zur RGCC geschaffen hat. Dieses Individuelle ist mir in der Schulmedizin noch zu wenig und manchmal gar nicht vorhanden. Und da setzt dann auch eben RGCC an. Mit unermüdlicher Hingabe und einem scharfen Verstand hat Dr. Ahlers den Weg zu personalisierten Behandlungen geebnet, die auf genetischer Ebene massgeschneidert sind. RGCC-Tests sind so konzipiert, dass sie dein eigenes Blut untersuchen und eben auch auf deine eigenen Tumorzellen hinaus Aussagen treffen können. Und dann bekommst du auch ganz personalisierte Empfehlungen und Auswertungen. Wir haben die RGCC-Analyse umfangreich gemacht, haben geschaut, was für sie persönlich am besten funktioniert in der schulmedizinischen, medikamentösen Bereich und aber auch mit den natürlichen, biologischen, sei es Kurkuma, Ingwer, Weihrauch, Quercetin und was es alles gibt. Seine Verbindung zu RGCC hat die Medizin in ein neues Zeitalter katapultiert, in dem wir Krankheiten nicht nur behandeln, sondern sie auf zellulärer Ebene überwinden können. Für Patienten kann RGCC eine bedeutende Rolle in ihrem Kampf gegen Krankheiten, insbesondere Krebs, spielen. Man hat auf jeden Fall viel mehr Erkenntnis und kann noch viel detaillierter aussortieren, was ist für mich persönlich vielleicht jetzt die beste Variante. Das heißt, es gibt auf vielen Bereichen einen absoluten Mehrwert für den Patienten. RGCC – eine Technologie, die das Potenzial unserer genetischen Codes zur Bekämpfung von Krankheiten entfesselt. RGCC ist der Marktführer für diese personalisierten sogenannten Chemosensitivitätstestungen, was potenziell dann eben später auch am besten wirkt. Und deswegen habe ich mich dort auch entschieden, mit RGCC zusammenzuarbeiten und bin bis dato nicht enttäuscht worden.